Am Mittwoch regnet es den ganzen Tag und das teilweise sehr ergiebig. Dazu gibt es herbstliche Temperaturen von 9 Grad am Morgen und 11 Grad am Nachmittag und Abend. Auch in der Nacht auf Donnerstag regnet es weiter bei Werten um 7 Grad. Der Donnerstag beginnt mit Regen. Im weiteren Tagesverlauf regnet es aber nur noch sporadisch. Es bleibt aber trübe bei 7 bis 13 Grad. Der Freitag wird zumindest trocken. Die Sonne zeigt sich nur vereinzelt. Mit 14 Grad ist es aber wieder ein wenig wärmer. Und der Samstag beginnt zunächst freundlich, bevor gegen Mittag neuer Regen aufzieht.